hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge remnant from the ashes mit mir der engineer deft 31 und der hat uns gerade kann man sagen so ein bisschen den arsch gerettet so ein bisschen sehr der hat uns quasi den boss gerett ist um in seien genauer ist ein random der ist uns einfach bei getreten bei getreten bei getreten und ich glaube wir folgen einfach immer scheint mehr an und zu haben als wir je nachdem das sind fünf gebiet suchen haben wir immer noch okay ja das war wohl ich glaube sie wir folgen einfach ihm ja die framerate ist hier aber auch irgendwie all over the place mal gucken was der macht aber der hat auf jeden fall irgendwie an aber am anfang ist hat er schon so ein bisschen los aber nach drei sekunden hat er die fährte aufgenommen und zu unser boss zerfleischt ich glaube wir hätten den schon hingekriegt aber es hätte halt noch vier stunden gedauert ich finde ich cool das ist genau so ein tipp wahrscheinlich wie ich es vorhin gemeint habe der irgendwie irgendwelchen randoms folgt und die da durch die map geleitet ein bisschen farmt vielleicht auch kann ich mir vorstellen dann kann natürlich sein wer hat für mich dran dass die fw das Wohin geht's, Deft? Da. Wir laufen einfach hinterher. We follow you. Ah, ist sie. Ich glaub, der merkt, dass wir den auch einfach entschuldigen. Ja, er hat uns auch eine Anweisung gegeben, wo wen soll. Oh, äh, hätten wir ihn möglicherweise gar nicht töten sollen. Weil ich weiß, es gibt hier was, was man töten kann, aber nicht unbedingt töten muss. Hm, ja. Äh, der ist auf uns auch angewiesen im Endeffekt, weil er sonst nicht weitermachen kann. Auch wenn wir jetzt was anderes hätten machen wollen. Ja, ist richtig. Ähm. Jetzt geht er raus und zurück, weil wir ihn nicht hätten töten können, oder? Dürfen. Das wär auch gut. Aber nein, ich glaub es nicht. Äh, es gibt hier irgendeinen Käfer oder so, mit dem man reden muss, aber den kann man auch töten. Ah, ah ja. Irgendwie so hab ich das gelösen. Ähm, ein Point-Check. Äh, ah. Das ist schon mal wichtig. Ja. Ein Checkpoint. Das ist schon mal... Nicht, dass wir nochmal von vorne anfangen müssen, ne? Oh, okay. Gut, dass wir den dabei haben. Ähm. Hilfe. Ja, nein. Vielleicht. Nicht despawnen. Ne, einfach Waffe ausfällen. Ich weiß doch nicht, ob ich überhaupt das Richtige für diesen Boss dabei hab. Oh boy. Wir machen einfach beide DLC-Bosse in jeweils einer Folge. Äh. Wir, 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 wir lassen, wir versuchen einfach nicht zu sterben und lassen das ihn machen, so als Idee. Äh, ja. Ich glaube, das wird interessant. Ähm. Oh Gott. Äh, äh. Äh. Was passiert jetzt? Und warum sehe ich zwei von denen? Hey, people! Hier, Heil-Aura. Oh Gott. Äh. Äh. Oder auch keine Heil-Aura. Kommt doch! Äh. Kommt doch. Kommt doch. Kommt doch. Ist sie weg, ne? Ja? Ja, jetzt ist weg. Äh. Oh Gott. Oh. Okay, 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 okay. Zumindest fühle ich mich jetzt nicht mehr ganz so, äh, unfähig wie beim letzten Mal. Ha! Okay. Gut, ich hab nichts gesagt. Ha! Komm, komm mit Schild! Ich weiß nur nicht, ob's Schild funktioniert. Ich hab keine Ahnung. Oh. Äh. Das ist schlecht. Okay. Es war aber knapp. Es war aber knapp. Es geht. Ich hoffe nur, dass der Typ nicht jedes Mal seinen teuren Scheiß verballert, nur damit wir sterben. Das wäre ein bisschen schade für ihn. Ähm. Und nicht, dass der jetzt despawnt. Bist du das, der am Ding ist? Ich bin hier. Ich bin hier. Wo ist er? Äh. Achso, ich bin hängen geblieben. Ja, ich wollte gucken, ob ich auch irgendeinen Effekt providen kann, aber die Antwort ist nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, weil der macht immer irgendwas und das, äh, das könnte halt auch, äh, ja, irgendwas sinnvolles sein. Ich weiß es nicht. Wieder runtergefallen. Wie? Wie? Ich, ich wollte mit dem Klammwerk von näher ran und dann, äh. Ja. Ähm. Achso. Äh. Die zweite ist ja auch noch irgendwo. Oh Gott, ja, ich bin auch down. Scheiße. Scheiß. Schlecht hingekriegt? Ja. Äh. Hä? Ich hab die zweite bisschen verpeilt, wo sie steht und du bist in den Tod gelaufen. Ja, gut. Das machen wir jetzt anders. Äh. Es ist blöd, dass man nicht kommunizieren kann, dass man sagen kann, soll. Kann man schon, aber ich, äh, weiß ja nicht. Ja, äh. Das ist immer mit randoms ein bisschen hit or miss. Weil ohne den, äh, schwierig. Hm. Hm. Nein, der will, glaub ich, geht. Ja, ich glaube, der hält uns für unfähig. Nee, nee, sieht gut aus. Okay, ich, ich, ich mach das jetzt nicht mehr. Ja, das halte ich für eine weise Entscheidung. Ich hoffe, der drückt auch einfach nur F für irgendeinen Waffeneffekt und nichts anderes. Ja, sicher. Mann, dieses Spiel hat's auch manchmal, dass du in einen Raum reinläufst und direkt erstmal eine geklatscht kriegst. Nö. 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 Nö, äh. Nö, äh. Ähh, ich hab... Wieso? Oh, danke. Danke, Deft. Oder du, wer auch immer. Erster Boss weg. Zweiter Boss da. Oh Gott. Oh Gott, äh, ich komme ins Schild. Oh, äh, nein, ich wurde getötet. Ähm, schlecht. Und du auch? Oh, nö, oh, der arme Dut. Er holt dich, okay. Ich hätte noch Schilde, die würde ich dann einsetzen. Äh, komm, komm, komm. Komm, 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 komm hier rein. Ah, wo ist mein Gewehr? Oh, aha! Er hat mich einfach von der Dings geschlagen. Och, komm. Okay, aber ihr habt ihn fast. Also von dem her. Ich hoffe, dass ihr ihn noch kriegt. Ja, verdammt. So läuft das hier. Also man hat sich zumindest in diesem Kampf ein bisschen weniger nutzlos gefühlt als im ersten, aber... Aber also ohne den keine Chance. Ja, genau. Oh, ohne den wieder reinzukommen, mhm, schwierig. Ähm... Alter. Aber der Boss war... Der war besser als der andere. Ja, ja, der hat vor allem nichts komisches getan. Ähm... Er war viel... Er war berechenbarer. Berechenbarer, ja, genau. Ähm... Ja, der ist schon zum... Der ist schon zum... Der ist machbar. Vor allem, wenn alle drei Leute Schilde mitbringen würden, dann würde das schon gehen. Äh... Wo ist denn Deft hin? Ja, der kommt zum Kristall. Wir respawnen nicht gleich. Ah. Okay. Gut, ich hab grad auch schön geklippt. Dann darf ich nachher mal gucken, wie das klang. Ähm... Ah, okay. Aber das war die Geschichte, ne? Oder will der jetzt wo bestimmt das hin? Ich weiß das nicht. Wenn... Wenn er es... Äh... Theoretisch kann ja jeder es kontrollieren, denke ich, oder? Ich glaube, er will irgendwo hin. Dann touchen wir. Oder wer hat als erstes getoucht? Ah, nein, das bin ich. Ähm... Ha. Hey, äh... Ich versuch mal... Oder? Äh... Now what? Äh... Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Guter Mann. Ähm... War's das? Oder? Ähm... Sprechtaste? Was ist denn die Sprechtaste? Ich versuch mal Kontakt aufzunehmen. Äh... Äh... Wenn du jetzt auch an den Stein gehst, kann er das doch eigentlich theoretisch auswählen. Hey, äh... Hello there. Äh... Thank you very much for helping us out. Do you know, where we need to go next? Machen wir aber gar nichts, dann lass den machen. Ja. Ja. Ja, okay. Alter, ohne Ideen. Aber vor allem gerade in dem Moment, wo wir es brauchen, kommt einfach einer wie Dusel. Mhm. Wtf. Wer will denn das? Wir werden verzweifelt einfach nur. Äh... Das haben wir aber schon gemacht. So. Äh... Nee, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Das ist... Wir haben jetzt das Herz und wir müssen da zurück. Äh... Komplett. Das passt schon. Äh... Okay. Ähm... Ohla. Äh... Fehler wurden begonnen. Ich glaube, da solltest du als Aufnehmen da hingehen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich hatte nur... Äh... Äh... Ich... Äh... Hab nur den Sprachschild wieder ausgedreht. Äh... Habt ihr das Herz? Habt ihr das Herz? Ähm... Fragen sind die Prokasten. Äh... Die Zeit ist... Ja, hä? Habt ihr das Herz? Erstaunlich. Ich stehe zutiefst in eurer Schuld. Ja, anscheinend. Ich werde dies berichtigen, aber zuerst. Wisst ihr... Die Arkari hatten nicht als Unrecht. Ihr habt wahrlich das Zeitalter des Wiederaufbaus eingeläutet. Und now what? Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Auf eine Chance, diese Welt unter meiner Führung zu erneuern. Lange habt ihr geschlafen, mich gestützt. Alle mögen dies vergessen haben. Aber ich nicht. An diesem Tag erlöse ich euch. Mögen wir zusammen eine neue und bessere Zivilisation schaffen. Der Beginn einer neuen Ära. Ihr habt gute Arbeit geleistet, mein Kind. Ich werde meine Schuld. Möget ihr eure Welt retten, wie ihr meine gerettet habt. Oder möget ihr wenigstens einen tapferen Tod sterben. Okay. Now what? Äh. Äh. Labyrinth-Schlüssel? Okay. Dud rennt davon. Der scheint zu wissen, was zu tun ist. Von dem her. Ja, ne? Das schien mir aber verdächtig nach dem echten Ende, das wir möglicherweise tatsächlich übersehen haben. Obwohl, das Herz passt eigentlich eher zum DLC, aber dieser Ort passt nicht zum DLC. Ich bin gern verwirrt. Ich bin auch komplett, also... Eigentlich haben wir das DLC, glaube ich, nicht. Das ist das DLC-Gebiet und das war der DLC-Boss. Also schon. Hm. Aber wir haben irgendwie, weiß ich nicht, das echte Ende nicht mitbekommen oder ist nicht ausgeführt? Ich bin mir nicht sicher. Äh. Hä, hier waren wir doch vor 100 Jahren schon mal? Ja, aber jetzt haben wir den Schlüssel des ewigen Königs. Das haben wir ja anscheinend nicht, weil das haben wir nicht gehabt bisher. Was wir jetzt da gerade... Das ist frisch, das ist neu. Das haben wir nicht. Eigentlich müssten wir jetzt mit dem durchziehen, weil so eine Chance haben wir nie wieder. Ja, aber... Äh. Äh. Lass. Äh. Ja. Zwei geht nicht. Jetzt darfst du wieder auslösen. Fragezeichen. Als hätte das mal was bedeutet. Achso. Ja. Ha. Schlüssel. Puff. Der lässt uns einfach machen. Also der hilft uns einfach nur. Oh. Nicer Guy. Auf jeden Fall. Äh. Äh. Hilfe. Bitte was. Wo kommen wir jetzt raus? Das ist eine gute Frage von Neusigkeit her. Äh. Äh. Ford. War mal safe noch nicht. Warte mal. Ford. Ford kenne ich. Irgendwie ist der Vater? Das ist... Das ist... Achso. Wir saven hier nur. Äh. Wir... Wir haben doch unseren Vater oder irgendwie sowas mal gesucht vor Jahren. Und ich glaube, das ist besagter Ford, oder? Wir wollten auf irgendeine Insel, um irgendwen zu finden, glaube ich. Irgendwie so. Stimmt, ja. Es ist aber sehr weit weg in meinen Erinnerungen. Ja, aber ist es ja nicht vom Anfang man da, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon, aber vielleicht haben wir auch, äh, das halbe Spiel verpasst. Wir haben einfach das Spiel durchgespielt, aber die Hälfte davon nicht gespielt. Nee, das wohl eher nicht, aber, aber das hat sich echt wie das richtige Ende angefühlt. Deswegen bin ich leicht verwirrt. Der Chip noch so ein heroischer Kamm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Echt? Da wir die DLC-Burzeln gemacht haben, weiß ich nicht, was noch kommen soll, ehrlich gesagt. Aber vielleicht haben wir auch das DLC gemacht, ohne das Main Game abzuschließen. Das kann natürlich sein. Dass wir irgendwie vorzeitig ins DLC gestolpert sind. Das werden wir nie rausfinden, dann machen wir jetzt einfach das, was der macht. Genau. Das klingt nach einem guten Plan. Hey, Dave. Hm, hm. Hallo. Nach jedem Schuss nachladen, ganz wichtig. Vor allem mit einem 200-schüssigen MG. Ja, das mach ich immer. Allem G. Man kennt das. Und dann ist man tot. Obwohl man noch 170 Schuss im Magazin gehabt hätte. Aber nein, man musste jetzt nachladen. Man kennt das. Wo läuft der hin? Ich folge. Wo ist er gelaufen? Äh, hier. Hä? Na, ich glaub, es geht doch da. Ja, der farmt hat auch ein bisschen mehr, also das ist er jetzt. Das ist, glaub ich, das Mindeste, was er bekommen kann. Genau, der hat, das wollte ich gerade sagen, er hat jetzt ein bisschen Mithilfe. Und... Ja, wir sind die Mithilfe bei seinem Farm, I see. Ja, genau. Und für ihn ist das ja eigentlich jetzt kein großes Ding, was wir jetzt als... ...schwierig empfinden. Äh, scheint so, ja. Ist das endlich vorbei? Stellt sich raus, bei dem ist es auch ganz gemütlich am späteren Nachmittag und nicht mitten in der Nacht. Äh, irgendein... Ja, aber es ist eigentlich auch eine europäische Server, oder? Ich hab gar nicht, oder? Äh... Valide Frage. Ich glaub nicht. Also, hm. Weil sonst kann das natürlich schon sein. Das ist irgendwie ein Ami und ein Australier und da ist halt ganz andere Uhrzeit, ne? Ja, wahrscheinlich. Er macht so eine kleine Mittagssession und wir so mitten in der Nacht. Ja, wobei Ping-mäßig sah das jetzt nicht so komplett kaputt aus, von dem her, dürft's nicht... Einmal Checkpoint. Oh, ähm. Habe ich natürlich versäumt. Äh. So. Aha. Äh, hä, es gibt also doch noch einen Boss. Gegen wen? Äh. 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 Okay, so ein Boss, den man noch mal gar nicht sieht. Äh. 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 Da hab ich mir ein bisschen den Hinterkopf rasiert. Ja, ein bisschen den Headshot gemacht, ne? Äh. Äh. Haben wir einen Plan, wen wir hier eigentlich killen müssen? Also ich hab's auch größten gekillt. Ja, da war ich mit daneben und hab auch drauf geschossen. Oh, da kommt noch ein Big Boy. Also scheint es nur so'n Arena-Battle zu sein. Äh. Äh. Aber vielleicht... Wir sollten vielleicht gucken, wo unser Dude hin ist. Nicht, dass man einfach irgendwo hin sollte und wir nicht da sind. Äh. Irgendwas, irgendwas tut mir sehr, sehr weh. Aber... Hä? Oh, oh, oh. Big Boy. Big, big fucking Boy. Oh, der tut mir sehr, sehr weh. Und da gibt's noch mehr von der Sorte, wo die herkommen. Äh, ich bin tot, ich bräuchte ne Videoüberlegung. Oh, fuck. Oh, fuck. Bei mir sieht das auch gleich schlecht aus. Warte, ich muss erstmal ein Ding selber machen. Kommt nach hinten! Ich hab ein Schild gespawnt. Oder man? Oh, wir haben's. Oh. ich dachte wir kämpfen für die rebellen aber wer sind die rebellen sind die die gerade gestorben sind und das macht er ich hoffe der macht es gut das mache ich ich hab wer steht der zur auswahl ein freund vielleicht hat unsere sache gedient nur wegen ihm rede ich mit euch aber jetzt ist fort weg sie befragen ihn um uns zu finden eine königin hält ihn in einem tempel turm gefangen der tempel turm ist leicht zu finden fort nicht ich bin nabu ehemals eine wache der kaiserin jetzt bin ich die anführerin der widerstandsbewegung gegen den ade ich wollte dem du die 300 jahre dialog entspannen ja was er wahrscheinlich sowieso gehört hat ja genau mögen wir loot finden ich habe loot gefunden möge denn loot gibt es passt nicht mehr renne ich in die falsche richtung problem ja da wo wir entlang rennen ist richtig da wo du klassiker aber bisher auch richtig ja nun tacken langsamer wie wie lang geht denn der art schon dieser part geht schon 27 minuten und ein 28 minuten wir haben uns auf 30 geeinigt falls nicht ein größerer boss kommt genau ich würde sagen wir zum ladebalken kann man sich schon mal verabschieden genau wir danken fürs zusehen und hoffen dass ihr und der dud der uns hilft beim nächsten mal auch dabei ist genau bis dann tschüss Ade.